Hallo Leute, ich stehe hier mit dem Ex-WXW-sportlichen Leiter Norman Haras. Es tut mir leid, ich weiß, es ist immer noch bei dir eine Schmerzstelle, aber bei uns gibt es auch eine Schmerzstelle. Es ist gerade immer noch nicht klar, was die ganze Sache ist mit Mitte Hans. Dieses Vertrag, was er unterschrieben hat, um eine Chance für die WXW Unified World Wrestling Championship, wo du noch im Amt warst, dafür ist dann die Frage an dir, kannst du das bitte abklären? Du, ich würde dir und ich würde euch da sehr, sehr gerne weiteren Kontext zu diesem Sachverhalt geben. Aber leider ist es so, dass ich viele persönliche Daten, dass ich Firmeninterner in meiner Zeit als sportlicher Leiter verwaltet habe. Somit war ich auch gezwungen, ein Non-Disclosure Agreement, NDA, zu unterzeichnen und so gern ich auch drüber reden würde, ich darf es schlichtweg nicht. Da hast du sicher Verständnis für. Ja klar und ich weiß nicht, was ich sonst erwartet habe, aber eine Sache steht auch noch, die Verletzung an Levaniel in Frankfurt. Es gibt keine Kameras, es gibt keine feste Bestätigung, aber Levaniel hat selbst gesagt, dass du damit was zu tun hattest. Hast du da irgendeine Erläuterung? Da habe ich allerdings eine Erläuterung und du hast es sehr gut ausgeführt. Es gibt keine Kameras, es gibt keine fixe Bestätigung, es gibt lediglich die Aussage von Levaniel, dass ich da involviert gewesen sein sollte. Ich sage, das war nicht der Fall, somit steht Aussage gegen Aussage. Und da wir uns in einem Rechtsstaat befinden, gibt es kein Verfahren. Also Levaniel, bitte halte ich etwas mit solchen Anschuldigungen zurück. Danke. Ja gut, Anschuldigungen an der Seite. Eine Sache ist immer noch ganz, ganz kristallisiert. Bei Fan in Mai, du gegen Jörn Simmons. Hast du da eine Aussage? Da habe ich sehr, sehr viele Aussagen, die ich gerne dazu treffen würde. Aber all das kommt noch. All das ist eine Sache für Mai. Heute hier in Dresden bei True Colors, da steht was anderes auf dem Plan. Da steht Norman Harras gegen Fast Time Mudo auf dem Plan. Und ich kann dir sagen, heute wird Mudo stellvertretend für all die anderen, die wir gerade genannt haben, die Konsequenzen herausfinden. Was passiert, wenn du mit Norman Harras, mit einem Athleten meines Kalibers, in den Ring steigst? Und das Ergebnis ist sehr einfach. Harras up, everybody else down. Meine Damen und Herren, Norman Harras.